Einen wunderschönen guten Tag! Wir haben uns überlegt, dass wir die ganze Folge heute so reden werden. Warum? Weil wir mal was Neues machen! Ne, machen wir nicht. Okay. Einen wunderschönen guten Tag! Heute ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für Lass mal reden The Game. Denn wir sind am Start. Heute haben wir uns was Großartiges überlegt. Wir spielen Jenga! Freust du dich auch so auf Jenga wie ich? Sag mal. Freust du dich? Ich darf nie das machen, was ich machen will. Oh, wir spielen Jenga Extreme! Jenga kennt jeder von euch. Hör bitte auf mit dieser anstrengenden Stimme zu reden. Also wir spielen jetzt Jenga. Jenga kennt glaube ich jeder, habe ich eben schon gesagt. Jeder muss nacheinander so einen Stein raus machen. Es wäre ganz langweilig, wenn wir Jenga ganz normal spielen würden. Deswegen haben wir eine kleine Schlüssel vorbereitet. Kleine Schlüssel vorbereitet. In dieser kleinen Schlüssel sind Zettel drin. Auf dem Zettel steht drauf, hat man mal Glück gehabt, dann kann man es ganz normal machen. Oder müssen wir bestimmte Handicaps erfüllen. Beispielsweise Handschuhe anziehen oder blind machen oder rückwärts spielen. Oder mit der Nase oder mit der Zunge. Ist ja auch vollkommen egal, ihr werdet sehen was wir meinen. Los geht's! Tadaaa! Eintom! Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Geht's direkt los, ja? Ich habe gefragt, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Boom! Pass auf, wenn der andere dran ist, Finger weg. Ja. Wirklich, aber sei fair und auch die Füße hier. Nicht, dass du irgendwie gegen... Mach's nicht mit dem Bein, ich mach's mit was anderem unterm Tisch. Ja. Glück gehabt! Ja! Ja! Achso, zu den Regeln, wenn man einen Stein angef... Aber man kann antesten so, ne, die Steine. Ja. Das ist übrigens die... Du sollst weggehen! Achso. Ich habe Schwarz-Rut-Gold, äh, die Steine gemacht, um Deutschland zu symbolisieren. Erkennt man wahrscheinlich nicht. Wenn doch, da steht drauf, ich muss ein Lied singen währenddessen. Bring mal. Ich habe eine Frau in der Disco gesehen. Sie hat gesagt, hey, 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 let's go. Ich kann dein Baby sein, du kannst mein Honey sein. Let's spend time, not money. Mix your Milk with my Cocoa Puff. Milky Milky Cocoa. Mix your Milk with my Cocoa Puff. Milky Milky, right? Mit der linken Hand. Es gibt keinen Stein, den ich nehmen kann. Ja. Wie er die rechte nehmen wollte. Vorsicht! Ey, das ist behindert, ne, wenn du mich so anscheißt. Ne, 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 du bist behindert. Ja. Ich wollte mich wieder auflehnen. Glück gehabt! Ich darf den obersten nicht nehmen, ne? Doch. Die obersten drei Reihen darf man nicht nehmen, oder? Die oberste, die oberste Reihen darf man nicht nehmen. Richtiger Glücksschwein, Kind. Oh! Oh! Oh, es hat gewackelt. Lego! Glück gehabt! Zeig! Ah! Blin! Dazu muss ich mal in meine Wunderkiste greifen. Oh, fuck! Du musst meine Hände aber zu dem Turm führen. Mit Sicherheit nicht. Nee, doch, musst du. Nein. Nee, doch, musst du. Nein. Okay, oh, fuck it. Ah! Nein! Nein! Wirklich? Und ich hab ihn nicht angestupst. Das ging ja schneller, als ich gedacht hab. Ja, das hast du schon oft gesagt, wa? Und ich hab mich noch gefreut. Ah! Ah! Warum? Ah! We are the champions, my friend! Ah! Time for losers! Ah! Das hat Spaß gemacht. So viele Zettel haben wir vorbereitet mit tollen Sachen. Und er haut ihn direkt um. Schade. Aber was nicht so schade ist, ich sie ganz auch. Ist nicht so schlimm. Ja. Kann ich immer gewinnen, Cliff. Vor allem gegen mich. Ich bin sehr stark in solchen Spielen. Kannst du an einer anderen Stelle streicheln. Nicht weinen. Bald wird's dir besser gehen. Und weißt du, was du machen kannst, damit's dir besser gehen kann? Du kannst dir das Video liken und den Kanal abonnieren. Und die Glocke kannst du anstellen. Weil dann kriegst du immer die Benachrichtigung. Und wenn du auf Patreon gehst, dann kriegst du ganz viel extra Material, mein Kleiner. Und dann bist du ganz, ganz glücklich, ne? Nö. Nö. Schein on! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020